So. Jahre später. Hey, du bist drin. War keine Züge. Ja, dann mach viel Spaß in dem Container da drin, ich begnüge mich so lange hier draußen mit den normalen Zombies. So auf, wie es halt direkt am Anfang kommt im Container. Hennen gegen die Wand. Ob man den Tanker hochladen kann? Wetter wird sicher die Meutelern wiederkommen, aber... Hier ist auch noch ein Tanker. Wir sollten nur den Zug finden, ne? Ja, hier ist doch und so. Ja, der Hunter höre ich dir auch jetzt nicht rein. Mann. Ja, meiner. 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 Da geht's nicht rein. Na, hab ich auch gesehen. Katar. Katar. Ich will immer mit F eine Granate werfen, ne? Ja, das geht hier nicht. Ja. Irgendwas in dem Lager? Lade nach! Da hat so viel Battlefield gespielt. Warte, ich will immer mit F eine Granate. Warte, versuch mal an Smoker. Ah, okay. Da dachte ich. Jetzt weiße, wo immer. Ey, ich hab immer so'n Talent, ne? Vor allem die Schockis haben mich erlebt. Gestern war es ich ja, den sie immer als Opfer hatten. Ah. Au. Da hab ich ein Eigentor geschossen. Das war, glaub ich, nicht ganz so gut. Ah. Nicht auf diesen Wagen geschießen. Ja, ist mir klar. Ich kann auch drauflaufen. Hat den selben Effekt. The military opened fire at the recreation buses. We are screwed. Hm, who cares? Dann sind wir die Sachen weg. Ich hab letztlich keine Muni mehr. Hier ist eine Tür. Hier ist ein Schlafstock. Hey, da hat ein Jockey mal nicht dicht angefallen gehabt gerade. Hm. Wend der weg? Vorsicht. Vielleicht ist das auch noch leer. Na endlich mal deine Weiße. Nehm ich die auch, weil... Sonst liegt hier nichts anderes und ich hab keine Position mehr. Mal rechts irgendwo chargen. Hört sich nach irgendwas großes an. Irgendwas taut grad rechts irgendwo irgendwas ein. Ah. Im Charger. Der versucht ins Klo zu kommen oder so. Muss wohl gerade irgendwie drehen oder durchfallen. Ja. Ja. Der hasse. Oh. Hier scheint es weiter zu gehen. Jo. Sieht so aus. Der wollte nachts urteilen. Hier sind Blazerwesiere. Äh. Was ist da? Da sind noch mal Pillen. Was sonst ist hier nicht mehr? Ich bin tätiger von diesen Schleutern hier. Was ist da? Was ist auch immer jetzt? Flücht. Hey. Das ist doch gut. Du weißt doch, dass Schalter böse sind. Was ist das? Sieht so aus. Den fahrt haben wir ohne Licht. Rück. Jo. Du. Rechts. Ne. Da auch. Äh. Ich hab ja Gefühl hören. Ne. Es ist nur die eine. Aber die reicht ja auch. Du hast nicht zufällig ne Pumpkorn? Nein. Hier ist ne Kettensäge. Ich will ne Pumpkorn. Und Schlagstock. Alles. Ja, Luis erledigt das gleich für uns. Ah, diese NPCs, ne? Ach, die können von mir aus abkratzen. Wie ich? Was hab ich denn gemacht? Keine Ahnung. Weißt du, Luis steht direkt daneben, aber ich hab sie auch verschreckt. Das ist auch geil. Wahrscheinlich durch die Schüsse, aber... Ach, keine Ahnung. Das ist mir auch Latte. Ich bin nicht umgekickt oder reich. Wird's dir noch nen Generator oder so an? Ja, das hab ich ja eingestartet. Deswegen haben wir ja Licht. Brauchst du noch Adrenalin killen? Ne, ja. Ich nehm mal ein bisschen Benzin mit. Man weiß ja nie. Oh. Hier ist ne Pumpkorn. Hier ist ne Scheiß von Anfang. Achtung. Ne, ich warte auf ne Auto pumpen kann. Das ist aber unrealistisch. Da fehlt noch ein Stück. Ja, ich merk das gerade. Scheiß. Man sollte, glaub ich, auch genau hingucken, wo man hinläuft. Hey, hier hinten sind Treppen. Hier geht es weiter. Ah, hier hinten ist ne Leiter. Das hört sich nach nem Charger an. Ich glaub, sie würde sagen, das fühlt sich auch nach allem an. Direkt holt sie noch nen Smoker. Das ist wieder ne normale Pumpe. Will keine normale. Ne Auto. Ja. Ja, der hing da hinten ein bisschen fest. Geh das mal an! Adrenalin. Und Efri? Ich hab nur leider Medi-Pack. Ich hab nicht mehr. Ab. Hunter direkter um die Ecke. Hunter! Da gibt's wieder Licht. Ah. Achtung. Naja, hat's gemerkt. Das war halt mit dem Splitter. Ja. Das war von hinten auch, ne? Jo. Da ist ne Schaufel. Ne, ne Achse ist das. Gucken, haben wir hier was drin. Und so rechts ist nix dran. Null. Hier ist auch nix. Autoplan. Pillen. Oh, hab ich alles noch. Hier ist ein Aufzug, der ist aber nicht in Betrieb. Out of order. Apropos, hattest du eigentlich schon, äh, dich bei Battlefield 3 in so'n, äh, so'n, äh, Foto-Kammer gestellt und dir ein Foto von dir gemacht? Nö. Und ist Freddy draufgekommen, der geht da so rein. Hm. E zum Benutzen drücken. Er drückt auf einmal und wieder geknitzt. Als mir der dann gesagt hat, hab ich, glaub ich, die ganze Runde da nur noch drin gestanden und Fotos geknitzt. Hm. Und immer wenn einer vorbeigekommen ist, um die, äh, Ancon Station zu, äh, hochzujagen, hab ich einfach mal ein CFD gezündet. War ja direkt daneben. Hab eigentlich ganz gut gepasst. Hinter und steck'n Zombie. Nimm mal alles so. Was haben wir hier, ne AK? Ja, ne, war man AK. Weißt du, da war ein Loch in der Tür, ich guck da so rein, weil is'n da. Auf einmal springt mich ein Hunter. Jo, kann passieren. Lade nach! Aua! Was ist du denn da? Du bist mir reingerannt. Ja, genau. Auf welchen Seite stehst du eigentlich? Auch meiner. Ähm. Ja. Ich glaub, wir müssen jetzt ja... Guck mal, Waffen! Boah, ich hasse die NPCs, die schießen mir anlauernd in den Rücken, auch wenn du einfach nur da rumstehst. Okay. Oh, hier haben wir wieder Licht. Oh, wobei der gerade stand optional. Wissen wir gar nicht. Oh. Haben wir ein bisschen Licht. Wissen wir nicht so durchs Dunkle gehen. Ach. Wo ist er? Wo ist er? Glitter? Nein! Super! Wissen wir nicht mal da rumstehenden wir. Okay, die Meute kommt in der Snoop einfach Dauerschießen. Irgendwas trifft sie. schon er ist da ganz oben ja ich glaube wir müssen da ganz oben beziehungsweise das Blitter ist auch da oben da ist hier ist nix wir müssen auch da hinten gequillt habe ich ihn nicht ich hab hier oben das Blitter-Dings rumlegen gesehen als ob den einer gekillt hätte hier ist Brand Muni setzt hier mal hin solltest dein Verbandszeug vielleicht wieder aufnehmen hab ich oder liegt was rum ja hier oben lag auch eins wenn du das dann nicht haben willst ich glaube dann heile ich mich mal kurz behe Louis bleib da stehen, nein hey oh krass da mag ich extra die Tür zu tun du erwischst, ne? oh nun ja der Boomer mit seiner Expo in die Tür weg ja ich hab den nicht mehr dahinten erwischt kam noch ein Smoker, der müsste hier irgendwo noch sein will ich noch eine Pistole zwei Pistols kann man immer mal bebrauchen oh Pistols, Snip da hab ich beides da hab ich beides da schau von links von links ach die ganze Vorbereitung du schießt einmal drauf, ich glaub es hat Adrenalin na, ich hab nur die Pillen na, ich hab nur die Pillen hab ich noch warum irgendwie die nicht mit ich hasse NPCs die damit nichts anfangen können einzige was die können sind schießen auf egal was kommt und ja, sterben und heilen hey, safe house gut, ja mal Zeit der Anteil ist auch geil oh, da war einer drin ja ja ach schlippen schlippen schlig schlafen schlafen Da ist einer auf dem Klo gestorben. Da ist einer auf dem Klo gestorben. Steht ja zumindest an der Wand. Wurde auf dem Klo zurückgelassen und nie wieder gesehen. Du hast mal wieder verkackt. Warum? Immer wieder kein Midi-Paper. Nein, aber diesmal war ich es nicht. Ich kam rein, hab mich mit meinem eigenen Gehalt, weil ich noch hatte, und hab mir ein neues genommen. Und irgendeiner von denen hat sich zwei genommen. Bissar. Egal, ich hab ja noch nie Macht. Ich lebe und hab noch ein Midi-Pack. Ja, hier steht es an der Wand. RIP John Morris LEFT TO THE BATHROOM AND NEVER RETURNED. Hahaha. Weil, ähm, da ist Muni. Boah. Ja, und hier ist Muni, also normale Muni. Ja, meinst du schon. Drück da jetzt nicht mal das Lüpfel so Pisswaffen weg. Lade nach! Da komm ich nicht dran mit meiner. Ich nehme mal, die sind zickzack laufen müssen, ne? Lade nach! Ja, ich fang hinten an, da kommt noch ein Zettel. ach das war nach zeiten mit den rechnern in diesem spiel mal so dunkel sein muss ja bei uns und ich habe nur die raubung ja wer planen die denn hier kann man nicht wesentlich so gekrützelt hey hier kann man hochklettern aber hier oben ist nichts du angster die npcs blockieren hier alles ja ich bin auf der leiter wenigstens von den zombies in sicherheit bevor ich da oben abgeknallt werde von euch und dann holt mich ein jockey runter ich glaube es hakt hier gehen wir jetzt nach rechts oder links links geht es nicht weiter wir hätten mann nur mit dem kann mit dem Auto kommt an die jahr das ist so die normale nein das ist die Autopump mit der der ziehe wird sich mit einem Schuss killen kannst der ist auch ein bisschen kopflos beinlos ich glaube ich habe mich mal arm und beinahe nein mit sparte erst wieder bis zum beruhigen beruhigen sagte ich weiter setzt sich hin wo wir da unten sind er bloß auf die witsch zu provozieren ich glaube wir sollten uns mal absprechen ja ich habe es aber auch erst gesehen hat es schon zu spät war okay hier liegt trotzdem eine Raubung also dann haben wir wieder einer ja ähm die Fähne für den Fall warum wir nicht wir haben jetzt geht's you know you would I don't know nö The army is bombing, the bridges get out of their city while you still can't. Ja. Ich hoffe, wir sollten die Beine in die Hand nehmen, oder? Oh Gott, wir haben Zeit. Hier ist eine Treppe, wir geht's hoch. Ist zu. Müssen wir doch hier entlang. Wow. Ab da Scheiß, Fich. Boah, ich hab da Gefühl, Kaspersky macht wieder irgendwas in den Peron. Oh, du, weißt du, stellst dich ein, dass du das nicht machen soll, und dann machst du es trotzdem. Ja, mach doch nicht. Boah, jetzt läuft wieder alles flüssig. Flüssig, snip. Oh. Hey, komm, wollen wir grillen? Ja, wollen wir extra grillen? Fäten modiert Gas. Oh. Ich lauf hier so her. Hier sind Pillen. Wollstück. Warum nicht? Adrenalin. Sebastian und mich. Wollstück. Du bist nicht los. Da wirst du hier noch noch mal. Aber du hast gestern. Mit dem Arm ist diese Bas от типа, der Abrains um zu strippen. Der Abrains für den Arm ist nicht zu verspenden, Es ist sicherlich zu vermeiden. Wir haben den Abrainser macht die Diagnose. Ja, mein Verbandszeug. Springen wir dann. Dass ich es mal einfach nehme vom Leben her. Und wer hat denn die wieder mal hinnehmen? Wäre nur schön, wenn einer dieser beiden Düssel sterben würde. Und von den Löffel abgeben. Haha, er sagt auch klasse. Hä, er lief es zu sterben. Wow. Alter, Alter. Schönen Tag. Hörer, alter. Hörer, alter. Hörer, alter. Hörer, alter. Lass, über die Brücke. Die führen vielleicht aus diesem Dreck. Hörer, alter. Hörer, alter. Und die Hörer, alter. Hörer, alter. an der Sintas mit sollten nicht laufen auch kommt es mit ganzer so gelaufen aber das ist nicht schlimm wo ist der Smoker ja, warum sollte der mich da runterziehen hinter dem Dings auf der anderen Seite Kaltala ja, wird auf der anderen Seite sein Achtung der ist ne Rohrbombe naja, das hatte der gebrochen naja, das hatte der gebrochen Rähig schneller gekackt, Ding da kommen sich grad ziemlich viele an da oben ist er ja, das hört sich nach vielen an aber ich glaub jetzt genau auf der anderen Seite naja Pass auf, ich spring jetzt da gleich auf die Brücke und wenn die dann hier ist dann kommen die dann auf einmal alle von vorne wenn wir da drauf sind kommen sofort alle von hinten an mh ok von vorne scheinbar wow Hunter ja, da kommen wir von hinten hier ist der Dreckssäcke alle ist nur Arschkriecher hier oh hier können wir auch hier können wir auch ok, wir sind auch Pillen falls du brauchst nö, ich hab noch Adrenalin ich hab nur gleich keine Muni mehr noch 14 Schuss ich hab nur gleich keine Muni mehr noch 14 Schuss ja, wo kommen Boomer woher hier ist sind ah Waffen die 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 durchgingen Also ich hab keinen Schuss mehr, muss ich Snippen nehmen, und das ist ja mal, wow, ne Kack Snipp, und da bin ich noch ein paar Meter zurück, hier liegt auch noch ne Pumpgun, eine zweite, eine ist von dir wahrscheinlich, was du hier aufgenommen hast, und hier liegt noch ne andere Pumpgun rum, selbes Modell, eine ist von mir auf jeden Fall, ja wahrscheinlich die, die vor der Stam liegt, unternehmen liegt auch noch einer, toll, die kann ich schon gar nicht aufheben, weil das so wenig Muni hat, und die, die ich jetzt gerade weggeschmissen habe, also jetzt, die hatte auch noch paar Schuss, die war nicht komplett voll, hm. Du brauchst nicht sagen, wo die Gleise sind, sieht man doch. Ach, da kommt ein Hand, da. Ehe, der Lewis wurde oben von nem Smoker weggeholt. Und wie der immer schreit. Nein, 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 nein. Er ist einfach unbezahlen. Da, von links kommt ein Charger. da hat er so beide weggerissen hier ist ein Medi-Pack drin mache ich mal im Tier ehrlich ich mache immer die Vorarbeit und du heimst dir die Lorbein ein bei dem Game definitiv mal so Thanks for nothing wow hast du noch mal Glück gehabt denn er hätte es eigentlich auch mitnehmen können so ein schönes Feuer kein Dachshalter hey Da bin ich da drunter drüben. Vielleicht sind die im Elferweaver drüben? Ah, zu. Ist ok. Achtung, der Auto da hinten. Ejo, sis. Naja. Nobody is going to save us. Double kill. Ejo. Achtung, Smoker. Ja, komm. Nehmen wir das Medipack mit. Clowns ja gleich wahrscheinlich wieder. Ja, ich hab das eingesetzt in den Defree wieder mit. Schnell rein in den Schutzraum. Oh. Oh. Versammelt euch im Schutzraum. Hm. Ich schieße lauf Auto ad Auto, aber passiert nichts. Exzellent. Exzellent. So, Luis hat sich jetzt ein Medikit geschnappt. Ich hab mir eins geschnappt. Zoe hat sich eins geschnappt. Eins ist noch über. Ich hab mein Defree. Okay. Und hier ist ne Sposs. Ne Sposs. Jo. Guck dir den Kopf durch die Wand. Liegt auf dem Tisch. Das war mal im Moment. Auch ein bisschen davon lebt noch. Ein bisschen. Ein bisschen. Und die halbe Ecke da weg gefetzt. Und ich glaub nicht, dass man den auch benutzen kann. Ach, wat. Ein bisschen Panzerte und dann funktioniert das wieder. Kannst du kleben bis zum Mülltonne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Ist ja gut. 30%. 19%. Ihr liebt ne Waffe. Genau, nur lesen können. Hier schwebt nur ein Bild an der Wand. Schwebt er. Man ist am Boden. hallo ich habe mir die tür vom kopf oben unter hat so ein unterstürzt jetzt nix noch nicht rum dann heute ich glaube dann dann heute er macht die tür mit zu ich bin ein mensch mit anstand ich mach die tür unter mit zu ob keine sätze vor der tür stehen auf fernseher gucken wo Ich gucke, um die Ecke kommt da wieder so ein ganz... Wenn ihr hier reingeht, pass auf. Oh, hier geht's nach unten. Ja. Ich glaube, wir müssen sogar runter. Da kommen wir genauso runter. Die sind gerade durch so Loch gesprungen. Ähm, ja. Okay. 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 ich hatte ein kleines problemchen mit einem tank ja ich hab's gesehen ich bleibe lieber hier drinnen du hast eine Pumpe gern ja hinten ist Moni einen Aufzug den wir rufen sollen die soll abkratzen damit ich die wieder belegen kann gerade so in Versuchung die zu ach es hatte sich geheilt die Dumme hier sind noch Waffen falls du brauchst eine M4 und was ne? wo mal kurz wo liegen die? da haben wir die M4 soll ich mal den Aufzug holen? ja pauschal bis ich vorne bin ok haben sie erledigt ja ich drück drauf wow wow der ist vorbei gerast der hängt ja ok dann lass erstmal warten bis die Moni vorbei ist vielleicht stellen wir uns am besten hier in so einen wow fuck hab ich von da hinten der Smoker ja ich seh's is this good for the company? weiß nicht definitiv das war aber wenig ich hatte mit mehr gerechnet ich sehe auch das ist ja natürlich die Rohrbombe geworfen aber da blickt ja nichts mehr rüber oh wir schauen es weiter zu gehen also da ist zu das kommt von hinten wieder ja aber mir gehts auch noch nicht so gut wa? du wolltest doch dass einer stirbt ja aber doch nicht ich ich kann nicht nicht wieder geleben er schießt sich denn nur rüber Schlagstock muss auch immer nochmal gucken ne? boah die Türen zu sind geh ich rein Rohrbombe ich tue meine Füge auf gerade eh drücken du bist Boomer kotze zu gehts nicht weiter hier unten ist Exit oh die waren Boomer da ist noch ne Smoker recht zu merken hier lang Leute doch raus ja dann schmeißen wir deine Rohrbombe da haste genug in der Richtung so wie das aussieht wirklich Boomer kotze hm nicht mal ich hab hier grad nichts anderes wenn man die aufnehmen könnte ah da was stimmt die gelben Dinger die haben die ja gedrockt hm hm ach der Teil ist noch da ja er macht auch die Dinger zu er macht auch die Dinger zu hallo hallo hab jetzt einfach mal aufgemacht und das verfahren ist ja nichts aus äh ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen hinter mir ne Momento da ja 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 da ja 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 das ist doch wieder eine Wildschlade oder meine ich genau ich weiß nicht in der rote sah gehört nach außen rum da meine ich das wohl nur hier sind am Molotow auf dem Schreibtisch ich kann mal sowas mit Muni, nehmen wir mal die Pumpe hier so, ich bin mir auch nicht anders oh, da ist doch mal los aber ist nur die Frage, wo ist genau? ah, da vorne in ihrem roten Licht aber ich fand das einfach mit dem Huhn zu geil aber haben wir hier ja, haha warte, die Witze tokal wild die Witze tokal wild So, jetzt kommt die Rettung. Man merkt, ich hab in dem einen Raum gehockt als der Kahn. Du Echego. Du bist natürlich das Einzige. So, was haben wir hier noch Spaß? Ja. Hätte ich es nicht gedacht, und steht hier mit einem Granatenwälfer, kann man mehrere Gegner mit einem Schuss töten. Ich dachte, man kann nur einen Gegner nicht für einen Schuss. Ja, wenn man nicht ziel genug, äh, ziel, äh, Möbelwegechen zielsicher ist. Boah, gib mir mal das Minipack hier. Da liegt hier auch noch Spaß rum, falls du brauchst noch. Na, ich hab ja mein Auto. Boah. Das ist gerade auch eine Weile, ne? Ja, sicher. Hier kommen wir hoch. Hier ist eine Machete. Ja, das ist einfach. Ey. Was soll denn so dunkel sein hier? Fehlt ein Lichtschalter. Da ist einer halb im, äh, Dings, Waggon drin. Da liegt nur eine Piste. Schlagschock. Hm. Telefon, die Tür aufgemacht. Oh. Nein. Hier ist nochmal eine Weile. Juhu. Wo ist die? Ja, Sander. Oh. Witz. 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 Drei Stunden Verspätung. Oh, da ist sogar ein Zug pünktlich. Ach. Hier ist ein Molly! Ich hab' hier hinter. Oder hier unten. Da! Da! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. als immer hier mit diesem schade das hat das aber hier abwärtig jetzt brauchen wir brauchen ein ticket mein monatsticket läuft noch dann müssen wir auch morgen gucken ja nicht nur durch das war hinter so nach dem Motorrad ist nicht gelaufen so wie es aus das dort also ich hier hätte man es ja und so weiter aber ich würde die damit wieder aufschrecken ist auch optional also müssen wir nicht unbedingt machen wir es einfach einfach mal die Tür zugemacht ja hier haben wir einige laufen branden ja hier hast du alles warte nebenwand mal für eine ja da wurde ich mit dem Rander schon gut bedient nehmen wir noch Laser Visiere dran mit wollen wir Brand oder Explosions Moni Explosion das reißt dann wenigstens die anderen auch noch mit ich hoffe da klappt jetzt keiner da hier hättest du natürlich auch wow M60 da ist das mit Sprengmonie natürlich noch besser das ist ja ein ganzes Magazin damit voll ja ich nehme mal Brandmonie da rein oh seit wann gibt's hier M60 ja also alles was es gibt ja also alles was es gibt dann hätte ich meine 10 Explosionsfluss aber auch hier liegen Waffen wo hier liegt eine Waffe hier liegt eine Waffe 2 3 2 3 3 2 3 Was ist das? wir sollten von den Schienen runter. So fährt ein Zubeil? Steht ja unten gerade. Train coming. Clearset tracks. Okay. Ja, ich hab die Meldung gar nicht gesehen, irgendwie. Gar nicht so drauf geachtet. Ich war ja auch noch mehr im Ausrufungsweichen da unten. Dann nehmen wir hier mal den Funkruf an, würde ich sagen. Ja. Ich will den Zug nehmen. Der hätte es gerade mitgenommen. Ja. 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 Na, verteile ich euch. Ja, aber so wie es sich anhört, werden wir vom Zug abgeholt. Komm, wir verstecken uns hier drin. Komm, die rein. Äh, ich glaub, die können die Wand hier kaputt machen. Jedenfalls von der Farbe sieht es. Ja. Stress. Okay, genau so eine beschützende Idee. Ja. Na ja, weiß man ja vorher nicht, ne? Ich hab nur noch Piste. Die M60 kann man nie nachladen. Nicht? Nein. Du hast 150 Schuss danach das Ende. Boah, ich bin voll angekratzt. Ich werf mal ne Rohrbombe. Jo. Ich hab mir mal Pillen geschmissen. Hier liegt noch ne Rohrbombe, ne? Hä? Hinten. Boah, Teng. Und wo? Ne, ne? Doch. Ich zünd'n an. Ist mal ne einzige Methode, mich gegen den zu wehren. Was hast du? Was deine einzige Methode? Ich werf halt ne Rohrbombe in die andere Seite? zu beschäftigen da komm und nimm mir einen molotov amen i hate tanks hast du alles ich finde es einfach genial so langsam könnte unsere abholung auch mal kommen ich hausse dies ich hausse das aber nicht irgendwo auch munition ich habe zumindest nichts gesehen hier ist munition hier sind vier medipeks wir haben wir hier nehmen wir mal abzuhalten wir hocken dahinten ganz weit Ich heil mich mal eben, hat mir mehr 4. Was soll ich denn sein? Solltest du dich vielleicht auch mal heilen? Nicht Pferd geheilt. Louis hat es nicht bereit erklärt. Auch so langsam müsste die jetzt eigentlich mal kommen. Wahrscheinlich Verspätung, oder so ist ja üblich bei Bahn. Ja, mit Sicherheit die Deutsche Bahn AG. Die schmeiß' noch mal Leichen auf die Schienen, um ihre Verspätung zu erklären. Ja, ich werde da meine Vorbombe hin, ne? Ja, wäre vielleicht mal ganz hilfreich. Oh, ist da wieder ein Tank. Wo ist meine Pumpgun? Hier liegt auch noch einer. Und wo kommt der? Ich glaube, der ist nach hinten. Auf deiner Seite von dem Zug hier. In dieser Hand. Ja. Der ist gerade drauf gelettert. Da sind zwei. Rechts ist auch einer. Siehst du den? Auf dem Schirm gerade. Da muss ich doch noch ab. Tank. Noch mal Tank? Hört sich zumindest so an. Plus Zug. Oh ja, der Zug fährt alle rein. Da ist er. Oh, wir springen davor. Schade, man wird einfach nur geschoben. Und da ist der Tank. Ja. Und da ist er vom Zug überrollt worden. Und hat's überlebt. Nein. Lass mich rein. Gibt aber noch einer. Keine Ahnung, wieviel Tank's da waren. Ops, aber wie sind die raus? Vor allem direkt am Anfang kam einer. Ja, das war immer noch das. Das haben diesmal alle überlebt und nicht Louis als er selbst verstorben. Keine Todesfälle. Uey. Vor allem selbst drin. Nur Zoe einem ausempricht. Jo. Keine Defiliberatoren benutzt. Äh, Nahkampfkills keine? Du hast aber welche gemacht oder nicht? Ach ne, der war gestern bei... Ja. Gestern war das. Ich hatte den meisten Schaden weggestimmt. Ich hab die meisten Verbündeten getroffen. Wie nur 2066. Irgendwie ist da noch nicht denk. ,